Was für ein süßer Auftritt! Beim traditionellen, monegassischen Picknick Uka Vagnetu, das stets im Prinzess-Antoinette-Park stattfindet, wurde Charlotte Kaziragi von Ehemann Dimitri Rassam und ihren beiden Söhnen begleitet. Raphael und Balthasar zeigen, dass in ihnen schon echte Fashion-Kenner stecken, ganz wie in ihrer Mama. Der 9-Jährige, der aus Charlottes erster Ehe mit Gad Elmaleh stammt, kombiniert genau wie Stiefpapa Dimitri ein weißes Hemd mit dunkelblauem Jackett und hellen Hosen. Nur die Schuhfarbe unterscheidet sich. Der 4-Jährige Balthasar trägt ganz lässig ein dunkelblaues Hemd und kombiniert es ebenfalls mit einer hellen Hose. Mama Charlotte strahlt in einem Trägerkleid, das das dunkelblaue Farbmotiv ihrer Lieblingsmänner aufgreift und rundet ihr Outfit mit goldenen Sandalen perfekt ab. Die Kaziragis wirken glücklich und genießen das Picknick in vollen Zügen.